Nächstes Aktiviert und herzlich willkommen zu Minerware. Ja. Auf welchem Server? Auf thechung.net mit der Sinon-Timon. Nein! Nup. Krass mal, warum so lange halt ist. Weil du ein Huren so bist. Ah, nee, äh, laut euren, euren Dings bin ich eine kleine Spuchtel, ein Huren so. Ja. Und dann muss ich halt auch, muss ich mich auch so benehmen, die ihr halt sei. Ach, Ali, bist auch runtergeschlagen worden. Jo. Und das hier auch. Ja, ich hab' eins geschlagen, da ist, das ist einfach die Spur. Yes. Lol. Oh, ich hab' das noch nie gewonnen, ne? Schon wieder. Ach. Yes. habe ich dich runter genug das kommt wenn man sich die finger abwischen muss ich und finger abwischen ich habe geworfen ich wurde einfach nur ein ganz kleines stückchen nach vorne die politik wenn sie gegen jemanden muss man noch interessiert als hr ja ich stand ganz am rand richtig weit weg vom tnt ja ja denn so auf die plattform kommen zwar ganz ehrlich man warum springen die da vor die mann ey scheiss spielmudi ey ja ja easy Nein, Alka Mann, verpiss dich, Ali Yes Spuchtel, ey Mano Danke Und Ich hab' mich selbst rausgehauen Was hab' ich gemacht? Nix, du bist einfach nur so Ja, okay, du auch Ist immer eine echte Männerfreundschaft? Ja Ah, nein Hallo, Ali Hallo Läuft Wieso kriecht ich keinen Punkt? Ich hab' die doch Ich krieg noch nicht, Timon Wie sieht man, du kriegst das letzte Stone, Axt, ne? Ich hab' vergessen Axt, du hast ne Pickaxe gemacht Oh Nein, Timon Ah Ich hab' das Pick auch noch genommen Die 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 Kinder Arschen was hast du gemacht du musst ich ich hab ein guter Block gekraftet der kriegt äh der holt die nicht raus Mann ey jetzt hab ich das gelostet ey das war ein schneller Win war wieder kurz davor lol ich hänge fest ich hab geschafft ist ein Wichser ich hab erstmal okay das scheint aber wenn man ist hinter mir genau eins gespawnt ja ich konnte nicht raus ich bin in der Mitte genau zwischen allen gespawnt punchy tree ja nicht gewonnen toll er ist so wieso fliegt die denn so weit runter kann wir haben auch zu essen wir haben die Aufnahmen nö opfer das ist Frustfressen ja oder in deinem Fall gay frissen nö in deinem Verhältnis nö ich esse ja nicht du esst gerade ja siehst du gay nö ich muss es aber auch zu geben ist dumm du hast du es noch mal nö 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 So, ich würde mal sagen, das war's schon. Ihr könnt euch verabschieden. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.